Ich bin gerade eine Waffe für Massengenozid Oh, ich kill' sogar grad zu viele Bäume Gut, aber es ist ja schlimmer als Agent Orange Wer ist das? Äh... Don Argyle? Was? Nein! Nein! Nein, Agent Orange Agent Orange ist das, ähm Pestiziden Ist das Pestizid Chemikalien, die verwendet wurde gegen die Vietnamesen im Vietnamkrieg Oh, ok Nein, Moment, ich muss noch verkaufen Oh, fuck! Can ist schon wieder tot Ah Das war... Scheiße, ey Can ist tot, ja genau Dings geschickt In irgendeiner Stadt Doch, die wurden mit Mottis abgefackelt Achtung! Mit paisagen Verwendet Wie in der Stadt Eure Achtung, 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 Achtung! Oh, shit! I'm hit! Get ducked up here! Ja, danke! Super, gute Idee! Ganz großes Kino, Teamkill! Du, wo hast du kein Abzeichen in das Haus vor dir? Passeltrossel, recht, ey. Grenadier kann die Uniform nicht lesen, das ist unfassbar. Welcher Grenadier? Nee, du brauchst keinen Aufknade. Hier ist kein Feind. Komm, einfach gib mich auf, der scheiße eigene Grenadier hab mich geklappt. Blind Hawk, hörst du mich? Blind Hawk, du bist scheiße! Du bist scheiße, soll ich da ausrichten? Ich hab mit Smok geschossen, ich hab ihn mal in Richtung geschossen. Du bist scheiße! Scheiße! Blind Hawk, ich mein das nicht ernst. Ich will nur den anderen Typen triggern. Du bist scheiße! Ich hab dich mal in deinem Stück geschossen. Du Idiot! Erde mich bei Discord, ich schuld die Aufnahme. Danke! Und tschüss! Wow! Toll, oder? Tut mir leid, dass ihr jetzt gewartet habt, aber ich hab's nicht gewartet. Herr Hulme, ist kein Problem. Haben diese E-Bar nochmal hin? Ja, ja, aber er hat gerade noch... Ja, ja, aber er hat gerade noch... Ja, ja, aber er hat gerade noch... Ja, ich bin dran! Achtung! Bist du auch mit Brulose? Ja! Wir haben einen Schuss mit Brulose! Achtung! Wir sind in der Gehörigkeit! Töne, nicht in der Gehörigkeit! Attack! Der D-Pol! Töne, nicht in der Gehörigkeit! Das ist auch mit Brulose, oder? Oh mein, meine Roküte, komm, Mann! Vielleicht haben die mich nicht gesehen. Oh, eine ist 14, habe ich. Oh, es bleibt 50. Jawohl, Sneak Attack. We are special. Oh, critical. Jetzt bin ich drin, Alter, jetzt bin ich drin. Jawohl, noch einen. Roman, mach die 14 hinter mir weg. Ich versuche es. Ich versuche es. Roman, you are my special. Der Typ ist direkt hinter mir. Ich habe die Kontrolle. Halt den Routen. Roman, be my special. Ich will ein Feindfahrzeug. Feindfahrzeug. Weiterfahr, weiterfahr. Okay, noch ein bisschen, dann ist es weg. Ich gucke weg, jetzt. Ich gucke auch weg, warte. Noch ein bisschen. Wartet. Sag, wenn ihr weggeguckt habt, dann weiß ich, wann ich weggucken kann. Ich gucke weg, ich gucke weg. Okay, ich gucke weg, jetzt. Oh, das ist close. Das ist close. Schleim, 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 Schleim. Schleim, raus, hier raus, hier raus. Ja, wieso? Ich habe es doch jetzt gelockt. Wir können doch... Oh mein Gott, Jungs. Nein, lasst mich doch nicht damit alleine. Oh nein, da ist Schleim. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir haben gerade Ding umgebracht, Roman. Soll ich? Hm, nee. Warte. Nee, 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 ich opfer mich. Nein, ich, nein, nein. Ich opfer, ich opfer mich. Sammel die Scheiße ein jetzt. Okay, ich gebe dir, ich gebe dir 15 Sekunden. Wenn du nicht rauskommst, dann gehe ich einfach. Alles klar. Oh mein Gott, nein, ab, ab, Marsch, da kommst du nicht mehr rein. Oh mein Gott. Verdammte Scheiße. Die Quote muss besser sein. Ja, mindestens zwei Drittel müssen überleben. Quote, hast du Liefer-Company, Kaspar? Ja, der hat 66%. Was? Die Quote muss besser sein als eins. Das... 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 Das ist noch schlecht, das war die Quote. Das ist das nächste Mal richtig, legit russisch. Das bringt raus gleich mal, Kaspar. Ich werde das gleich dumm sagen, Alter. Wie ist das mal auf Polnisch, Digga? Ja, vielleicht... Vielleicht... Muss ich... Boberkura ganz nett sagen, so verschädet mich, Digga. Ich habe gefragt, was ist mit Liefer-Company? So, apropos Liefer-Company, hast du Liefer-Company? Du... Wer hat die Quote, du musst mit der Quote... Wie so ein NPC, Digga? Ich habe mich einmal gehört, dass du Liefer-Company gesagt hast. Ah, nein! Du, ey! Wie hast du... Kontern. So eine große, private Sache, über mich nach wie vor nicht reden kann. Ja, aber das sehr, sehr gerne würde. Früher oder später wird das auch passieren. Okay. Ich glaube, die ist da fest. Okay, scheiße. Ich versuche was, aber ihr müsst rennen. Ihr müsst rennen. Ja, ja. Ich bin schon mal draußen. Ah, nein! Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, es tut mir leid. Da tut es, dass ein Gegner da vorne umgekoppelt. Ja, du hast schon etwa vier Urlaub mitgeschossen. Heute sind kurz von mir. Lecker Name ist aufgepoppt, es tut mir leid. Ich habe gerade seit in deine Richtung auch hingekommen. Da kann man auch schicken. Drei Minus. Fad vier Minus. Ich habe... Medic, du bist geil. Oh nein, Hamster ist eh lost. Da weiß ich wohin. Na ja, wenigstens ist der Motor hier drin. Hallo? Hallo? Er hat dich gerade gehört. Niklas startet. Niklas startet. oh Come to daddy which one you want n**** You kids, you didn't stare at your phone There Oh wow FUKA SHANG ZING Schwein Es ist dann mal schon etwas Osnach Aber eigener, oder? Ich bin second im Leopard 2 aber jetzt, wie stark ich wirklich bin Der BMP hatte nur Level Gen 2 Schade, ich dachte der BMP 2M hat auch Gen 3 Turtles Das war gar nicht der Leopard 2 den ich gesucht hab Ey, ich muss sagen Was, was? Ich hoffe den hol ich mir auch erwartet, dass der Hortenspree da ist Oh, ich bin sogar im Streetplatz rausgekommen Scheiße Jetzt hab ich direkt in den Streetplatz reingefallen Ich bin noch nie Untertitelung. BR 2018 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 Ich gehe hin. 6T nach. Vicos ist down. Vicos ist down. Da lebt noch einer. Der schlägt gerade auf. Ja, ich bin gleich da. 6T zu mir nach. Wir verlieren unser Video. Fahrzeug bei mir. Find LLV bei mir. Find LLV bei mir. Bestanden. Ich markiere gut. Der ist direkt bei mir. Nachhilfe. Kann ich da nachfahren? Ja. Was ist das? 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 Ah, das ist ein guter Job. Puh, Puh. Puh, Puh. Puh, 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 Puh. Puh, Puh, Puh. Ich hab keinen Bock auf die Schirme Vici. Und nicht auf Sumbaa die Bauer? Oh, für Trauer. Puh, 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 Puh. Ich hab, ich hab Klaube. Puh, 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 Puh. Oh, der Reumatik. Oh, der Reumatik. Oh, der Reumatik. Puh, Puh. Schnauze jetzt hier, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Leise jetzt bitte. Hallo, hallo, hallo. Hallo! Naaaind! Hallo meine Herrschaften! Wie release! Aaaaaah! Oooooohhhhh! Eeeeee! Ich hab's rückgekommen, voll Nice! Du bist ja wohlen Sohn! Nein! Schnauze jetzt! Wer hat hier gerade mit Ihren Sohn gedacht, der wird so gebackt? Was jetzt? Baut euch, kommt zu mir 1V-B cacht 99V Alter wir killen ok, Ruskies aber welche, die müssen gucken welche PLA Army PLA Army PLA Army Die gleiche, springen jo keine Russen Wir sind schon wieder, verpisst euch! Wir machen mal was Neues! Reroll! 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 Ah, ja was Neues! Schon wieder die Russen, ganz ehrlich? Macht doch Reroll bitte, kommt! Nee, ey, 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 ey! Ey, das nehm ich jetzt! Ja, das sind die Grüße, die Gute! Yes! Alter! Das ist Frankfurt nicht allgemein, ups! Ja, das ist... Ich bin voll zu lange gezogen, ey! Der Corvana ist doch auch drüber gefahren! Richtig, wir wollen da auch noch drüber! Okay, ich hab ne Idee! Ich nehm dann Pfefferspray, warte, dass wir das Feuer ausnehmen! Die Masken? Was? Ne, wir brauchen nicht! Ich spraye Kasper nicht an! So! Also... Ich hab gedacht, du würdest da eine Granate reinschmeißen! Also einer mindestens links im Raum, einer im Living Room, einer vielleicht rechts im Raum! Okay! Halt aber die Waffe bereit! Ich versuche sie mit Pfefferspray... Down zu kriegen! Nimm du den Taser! Oh Gott! Ja, probier uns einfach, Bro! Okay, ist sie verschlossen? Das wird so schief gehen! Teste es! Warum macht ihr nicht auf, anders schießt es! Ist verschlossen! Wir versuchen es auch mal, keine Ahnung! Ich will mal was anderes probieren! Ich kicke sie auf! Okay, ich werde Flash bangen! Auf drei! Eins! Zwei! Drei! Oh Gott! Digga! Nein, nein, es geht doch weg! Ich hab gedreht! Ja, ja, aber die gehen nicht sofort auf! So! Lass mich vor! Ich kann den nicht tasern, tu nicht aus! Ja, ich weiß, ich benutze das Pfefferspray! Deine ist down! Digga! Aha! Der Hulu da! Der mit so einem Raumer frischer rum! Ey, auf den Schieß! Stop resisting! Jetzt kommt ein Taser! Hol ihn! Okay, warte, warte, warte! Hol ihn! Taser! Taser! Oh Gott! Zwei! Oh mein Gott! Nee! Ich hab ihn! Oh, ist doch einer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin tot! Holy fass! Ey! Ich schiebe das Pfefferspray! Das hat nicht funktioniert! Ich hab ihn gestern voll gesprayt! Warum spritzt du ihn voll, Mann? Damit er aufhört zu schießen, wird weiter geschossen! So funktioniert Pfefferspray nicht! Weißt du, wenn man hochfährt, zu der Gegner ab, läuft das Internet ab! Oh, nicht schlecht! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot!